Ich hatte ein ausgesprochen konstruktives Meeting hier, das hat mich sehr gefreut, denn es zeigt eben, dass wir miteinander ein großes Ziel verfolgen, diese großen Aufgaben, die wir vor uns haben. Und es hat mir Rückenwind gegeben, heute Morgen mit der Konferenz der Präsidenten darüber zu diskutieren, wie wir die nächsten Tage und Wochen gestalten werden, aber vor allen Dingen, wie wir die großen Themen, die europäische Grüne Vereinbarung, die Digitalisierung Europas, ein stärkeres Europa in dieser Welt, dann tatsächlich auch. Und haben Sie die Arme geändert? And perhaps, so just, I tried to. It was a very constructive and positive session and meeting we had with the Conference of Presidents. It gave me a lot of confidence and support for the next days and weeks, because it is very important to have a good understanding and working relation with the Parliament. We are focused together on the big topics we have to promote. This is the European Green Deal, a huge topic for the European Union, but also for the globe. It is the digitalisation of the European Union and having a stronger Europe in the world that is very clear in its values, that has a very clear position. This is the aim of the discussion we just started. Thank you so much. Would I take the discussion about protecting you? the European Union and the European Union? the European Union.